Und damit hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung von dem neuen Prehistoric Marine Species Pack. Das hier ist die erste Spezies, die wir uns angucken werden. Das ist der Dunkle Osteus. Unser Fake Megalodon. Ich finde gerade das Maul sehr interessant mit diesen Platten hier vorne. Der hat halt keine Zähne. Skins gibt es da auch wieder viele. Die werden wir uns gleich nochmal im Species View genauer angucken. Der gefällt mir aber schon mal sehr, sehr gut, wie der schwimmt. Das war die Sozialisieren-Animation. Versuch den so hinten in die Rückenflosse zu beißen. Hier snackt er sich jetzt gleich einen kleinen Fisch. Jetzt dürfen wir gleich sehen, wie er den Highfeeder benutzt. Er taucht ab. Nimmt Anlauf. Und mit Vollspeed springt er dann raus. Mit was für einer Geschwindigkeit er da rausspringt. Und jetzt gucken wir uns auch noch ein paar Kill- und Kampf-Animationen von ihm an. Nein. Bist du es! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Viele Farbkombinationen, die hier möglich sind. Das kann man dann natürlich wieder mit Mustern kombinieren. Das kennt ihr ja schon. Also da ist wieder sehr, sehr viel möglich. Der sieht schon echt gut aus. Und das hier ist die zweite neue Spezies. Eine riesige Uhrzeit-Schildkröte. Der Archelon. Der sieht auch wieder echt cool aus. Die Schwimmbewegung sieht auch super aus. Die beiden sozialisieren sich jetzt. Ah, okay. Die schwimmen so aneinander vorbei. Ah, krass. Die Farbe hier ist ja komplett anders als von dem hier. Also der scheint wieder sehr coole Skins zu haben. Das ist echt cool. Die Besucher können die dann wirklich gut beobachten von da vorne. Das kann man auch frei im Gehege platzieren, diesen Felsen. Da können halt mehrere dann draufklettern. Leider ist jetzt gerade nur eine da. Den findet ihr übrigens hier unter Umgebung und dann bei den Felsen. Dann könnt ihr den einfach platzieren in der Laguna. Und da klettern sie jetzt alle drauf. Wie schön. Das sieht wirklich toll aus. Da kommt der Nächste. Wie schöne Farben die auch haben. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist auch im DLC enthalten, dieser Lagunenfelsen. Ich mache die hier mal wieder weg. Oh, geht gerade gar nicht. Aber ich zeige euch den jetzt auch nochmal unter Wasser. Da ist der halt auf so einer dicken Säule. Und dann können die Lagunenbewohner auch da unten durch noch schwimmen und sowas. Die bleiben auch komplett unterschiedlich lang auf diesem Felsen sitzen. Das finde ich auch sehr gut, weil der hier sitzt schon echt lange da. Und der geht jetzt schon wieder rein ins Wasser. Da hat er sich erfolgreich einen Fisch gefangen. Die schwimmen so ein bisschen gegeneinander bei dieser sozialisierenden Animation. Sieht schon echt anmutig aus. Die Musik passt auch gerade so gut. Der ist übrigens größer als man denkt. Wenn ihr mal so schaut. Das hier ist ein Mensch dagegen. Also der ist schon sehr, sehr groß. Hier sieht man jetzt mal ganz gut den Größenvergleich. Das hier ist ein Mosasaurus. Also der ist viel größer als man denkt, diese Schildkröte. Und was auch noch interessant ist, der Brauch, um glücklich zu sein, diese Plattform, wo er drauf kann. Das hier ist ein Mosasaurus. Ja, im Species Field Guide dachte man, das wäre eine süße Animation. Aber die streiten sich einfach um den Platz. Der hier hat auf jeden Fall sich durchgesetzt. Da gibt es auch wieder viele verschiedene Farben. Machen wir jetzt so einen blauen. Und auch Muster wieder. Da hat man dann wieder viele Kombinationsmöglichkeiten. Und das hier ist die dritte neue Spezies. Der ist schonisaurus. Das war ja immer echt cool, wie der da gerade rausgekommen ist. Dass er so oben einmal aus dem Wasser guckt und schreit. Und die Farben, die sind cool. Ja, krass. Was für eine lange Schnauze, der auch hat. Den finde ich optisch echt gut. Da bin ich nachher immer auf die Skins gespannt. Im Species Viewer. Aber die beiden Skins hier gefallen mir schon richtig, richtig gut. Was macht der denn jetzt hier? Das sieht sehr seltsam aus. Ach, der snackt sich ein Fisch. Das ist schon so ein Fisch. Das ist ja Spaß. das war die sozialisieren animation die geräusche waren sehr cool also den high feeder kann er glaube ich nicht benutzen man findet auch hier wenn man da ins menü guckt nur den fisch der hier fehlt so gehe ich einfach mal davon aus dass er da halt nicht angeht er hat es bis jetzt auch nicht gemacht wurde kracht aber auch ganz schön hart gegen so so und bei dem schonisaurus freue ich mich natürlich besonders über den species viewer ich glaube der hat richtig coole farben schön knallig krass aber das hier gefällt mir am besten muss ich sagen das blaue dann gibt es auch noch natürlich verschiedene muster die auch recht gut aussehen also da kann man wieder super kombinieren und das hier ist der notosaurus die vierte spezies von dem prehistoric marine species pack der ist wirklich sehr interessant weil der halte vier richtige gliedmaßen hat mit denen auch an land kann deswegen sehen auch die schwimmbewegung sehr besonders aus und diese zähne auch krass na pausier mal kurz die überstehen oha wie krass sozialisiert der sich denn das war ja nice der hat auch sehr viele verschiedene skins wieder man sieht jede schuppe die finde ich richtig gut die skins die leuchten auch wieder so schön von den farben und er hat auch noch ein special skinning gucken uns gleich auch noch an und auch dieser kann wie gesagt an land gehen so ein kleiner drach oder sowas das ist ja cool dann legt er sich da hin ich glaube das ist mein favorit wie finde ich das gerade ziemlich cool muss ich sagen aber der ist ganz schön klein ne also wenn man so die schildkröten da zum vergleich vorhin hatte auf dem felsen unter wasser sieht man das halt immer nicht so und wieder abgetaucht um ab 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 Oh, die können sich sogar hier oben schlafen legen. Das ist ja cool. Oh, wie der quietscht, wenn er dagegen rammt. Voll brutal. Es gibt auch noch einen besonderen Skin von dem Notosaurus, nämlich den Notosaurus 2022. Habe ich schon mal vorbereitet für uns natürlich. Das ist der Camp Kreidezeit, Notosaurus. Und es gibt sogar noch eine Besonderheit bei den Skins. Da können wir mal ganz kurz hier in die Umgebung wechseln und auf Nacht stellen. Denn einige von denen können leuchten. Ich weiß gar nicht, welche das genau sind. Das müsstet ihr ausprobieren. Aber es gibt diese Skins. Und auch hier gucken wir natürlich im Species Viewer. Da haben wir nämlich wieder viele Hautfarben. Eigentlich fast alles, was das Herz begehrt, ne? Und natürlich hier die Camp Kreidezeit-Variante. Aber wir lassen den jetzt echt mal so rot. Finde ich eigentlich ganz cool. Und da gibt es auch noch verschiedene Muster. Davon leuchten auch einige, wie gesagt. Das habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Also ich glaube, das hier leuchtet auf jeden Fall. Bei den anderen bin ich mir gerade nicht sicher. Und das waren jetzt die vier neuen Spezies von dem Freehistoric Marine Species Pack. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche von diesen vier ihr am besten findet. Und ein Like würde mich auch sehr unterstützen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Einen.